So Leute, jetzt habe ich verstanden, warum mich viele Leute hassen. Und ihr habt recht. Warum? Gestern. Flüge. Bezahlt. Abgeholt. Von Shuttle mit Sternenhimmeldach. Rolls Royce. Äh, Hotel. Bezahlt. Suite. Bezahlt. Auftritt. Ah, bezahlt. Die Kasse ist drin, da, Sahbe. Das heißt, Geld gekommen oder fragen wir mal anders. Was hast du gestern gemacht? Du bist gekommen, hingelegt, Geld verdient, die Party, Skrrr. Alles, alles, geschwebt. Alles bezahlt. Plus Gage in Tasche. Okay. Und jetzt sehe ich die kleinen Hurensöhne, die gehen mit Zug nach Holland. Mit am Zittern, mit Paranoia, Herzfassel. Paranoia, Herzfassel. Herzinfarkt. Wofür? Für Risiko? Für 1, 2 Mille. 1,000 Euro, 2,000 Euro. Also, normal lernt ihr mich als die Hurensöhne. Also, schönen Tag.